Das Kokosöl ist auch noch sehr, was ich gerne ansprechen will. Da können wir einen Tipp noch mal verraten. Von den vielen Tipps, die wir geben, dass es noch leichter geht. Wenn wir zum Beispiel morgens einen Tee trinken, dann kommt da ein Esslöffel Kokosöl mit dazu. Das hat auch Energie, das Kokosöl. Das hält länger vor quasi. Also man hat dieses Thema, dass dann bis 12 Uhr geht das dann ganz leicht einfach, wenn man diese Energie dann zu sich nimmt.